Hallo YouTube! Wie versprochen gibt es jetzt mal wieder ein Rezeptvideo, weil so viele von euch immer nach dem Rezept jetzt gefragt haben. Mein geliebtes Erdnuss-Hähnchen-Curry, das absolut diétauglich ist, mit nur 500 Kalorien und Low Carb und Low Fat ist. Ja, ich würde mal sagen, wir legen los! So, ich starte mal mit den ganzen Zutaten, die in mein Erdnuss-Curry reingehören. Und zwar ist es erstens mal Hähnchenfleisch. Ich habe da 180 Gramm. Ich hatte das vorher eingefroren, weil ich es schon portioniert habe. Ihr könnt natürlich Frisches nehmen. Dann Gemüse. Ich habe Brokkoli, Karotten und Zwiebel gewählt. Ist euch natürlich überlassen. Dann natürlich fürs Curry brauchen wir auch einen Curry. Ich habe da so eine Mischung. Kurkuma, Kümmel, Pfeffer, Sendsaat, Curryblätter und Cayennepfeffer. Dann darf natürlich die Kokosmilch nicht fehlen. Ich greife hier auf die Light-Variante zurück, einfach weil ich finde, man schmeckt kaum Unterschied und man spart dadurch echt viele Kalorien. Die hat auf 100ml nur 76 Kalorien. Und ins Curry kommt nur die Hälfte rein. Dann natürlich Erdnussbutter. Darf nicht fehlen. Ich habe hier eine Crunchy Erdnussbutter, aber das ist auch komplett egal. Und das Wichtigste, dieses Erdnussbutterpulver, weil dadurch spart ihr verdammt viele Kalorien und es schmeckt genauso lecker. Das hat auf 100g 434 Kalorien, 10g Fett, 31g Kohlenhydrate und 48g Eiweiß. Und wie gesagt, man schmeckt kaum den Unterschied. Und zum Verfeinern dann noch ein bisschen Salz. Und ich gebe noch 1, 2... Und wenn ihr so eine praktische Mikrowellenschüssel habt für Gemüse, die gibt es bei Tupperware, dann einfach dort reingeben und Gemüse kochen. Und ansonsten einfach im Kochtopf kochen oder rausbraten, je nachdem, was ihr bevorzugt. Ich mag mein Gemüse lieber schön weich als knackig. Und während des Essen bratet ihr euer Fleisch einfach in der Pfanne raus. Ich mache das jetzt komplett ohne Öl. Wie gesagt, Kalorien sparen in der Diät. Man schmeckt keinen Unterschied. Natürlich braucht man dafür eine gute Pfanne. Ich weine nicht, weil mein Essen so scheiße schmeckt, sondern wegen dem Zwiebel. Also nächster Schritt ist Zwiebel schneiden. Und mein Gemüse habe ich schon in meine Kochbox, wie auch immer ich sie nenne, reingegeben. Mit ein paar Tropfen Wasser und Salz. Und es kommt jetzt in die Mikrowelle. Als nächstes habe ich jetzt mein Hähnchen zerkleinert, da es jetzt aufgebaut ist. In so kleine Stückchen eben. Und geht es nochmal zusammen mit dem Zwiebel in die Pfanne. So, das Hähnchen ist jetzt durch. Als nächster Schritt natürlich machen wir die Currysoße. In so einen Untertitelung. BR 2018 Ich lasse jetzt noch ca. 5-10 Minuten kochen, damit das Fleisch dann schön zart. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Mehr ist nicht mehr zu machen. Nur mehr zu warten. Und ich habe Hunger. Riesenhunger. So, Essen ist fertig. Schönheitswettbewerb gewinnt das keinen, aber schmecken muss es. Und nochmal zur Zusammenfassung. Das Ganze hat 505 Kalorien. Ups. Wir haben 180 Gramm Hähnchenfilet, 200 Gramm Brokkoli, 82 Milliliter Kokosmilch Light, 80 Gramm Karotte, 80 Gramm Zwiebel und 10 Gramm Peanut Butter und 25 Gramm von Peanut Butter Powder. Und die Makros nochmal. 64 Gramm Eiweiß, 25 Gramm Kohlenhydrate, 15 Gramm Ballaststoffe und 16 Gramm Fett. Also wie gesagt, Werte sind top. Absolut diettauglich. Schmeckt super lecker. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren und hoffe, das Video hat euch gefallen. Natürlich freue ich mich über einen Daumen.